Anders als Menschen zeigen Katzen selten offenkundig, dass sie Schmerzen haben, was es ihren Haltern erschwert, Anzeichen von Zahnproblemen zu erkennen. Eine unbehandelte Zahnerkrankung kann jedoch ernste gesundheitliche Folgen für die Katze haben. In diesem Video erfährst du, warum Zahnschmerzen bei Katzen leicht übersehen werden und worauf du achten solltest, um die Gesundheit deines Stubentigers zu schützen. Nummer 1 Katzen verstecken Schmerzen instinktiv Katzen sind Meister im Verbergen von Schwäche. In der Natur wäre das Zeigen von Schmerzen oder Verletzungen ein Zeichen der Verwundbarkeit, das Fressfeinde anlocken könnte. Auch domestizierte Katzen behalten diesen Instinkt bei und zeigen oft keine klaren Symptome, wenn sie Zahnschmerzen haben. Dieses Verhalten erklärt, warum eine Katze möglicherweise weiterfrisst, auch wenn sie Schmerzen hat. Sie möchte Schwäche vermeiden. Nummer 2 Subtile Verhaltensänderungen als Warnzeichen Obwohl Katzen Schmerzen gut verbergen, gibt es subtile Verhaltensänderungen, die auf Zahnschmerzen hinweisen können. Achte auf folgende Anzeichen. Weniger Appetit oder einseitiges Kauen Die Katze zögert beim Fressen oder kaut nur auf einer Seite. Vermehrtes Speicheln Eine Katze, die Schmerzen hat, kann übermäßig speicheln oder Futter aus dem Mund fallen lassen. Vermeidung von hartem Futter Die Katze lässt Trockenfutter und Leckerlis links liegen und bevorzugt weiches Futter. Mundgeruch Unangenehmer Geruch aus dem Maul kann ebenfalls ein Zeichen für Zahnfleischentzündung oder Zahninfektion sein. Nummer 3 Zahnfleisch und Zähne regelmäßig überprüfen Ein einfacher Weg, um Zahnschmerzen frühzeitig zu erkennen, ist eine regelmäßige Überprüfung von Zahnfleisch und Zähnen. Achte auf Rötungen oder Schwellung am Zahnfleischrand Verfärbung oder Zahnstein auf den Zähnen Zahnlockerung oder fehlende Zähne, die auf eine ernste Zahnproblematik hinweisen können. Nummer 4 Tierärztliche Untersuchung Regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Tierarzt sind entscheidend, um Zahnprobleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Ein Tierarzt kann Anzeichen wie Zahnfleischentzündung, Karies oder Zahnresorption feststellen. Tierärztliche Zahnreinigungen sind wichtig, um Zahnstein zu entfernen und mögliche Infektionen zu vermeiden. Eine regelmäßige Prophylaxe schützt nicht nur die Zähne, sondern auch die allgemeine Gesundheit der Katze, da Zahnprobleme langfristig Herz- und Nierenerkrankungen auslösen können. Nummer 5 Die Rolle der Ernährung Die Ernährung spielt eine große Rolle bei der Zahngesundheit von Katzen. Zuckerhaltige Leckerlis und Futter sollten vermieden werden, da sie Zahnprobleme begünstigen. Hochwertiges Katzenfutter mit natürlichen Zutaten kann die allgemeine Gesundheit unterstützen, einschließlich der Zähne und des Zahnfleischs. Und Nummer 6 Konsequenzen unbehandelter Zahnschmerzen Unbehandelte Zahnschmerzen können schwerwiegende Folgen haben, da sie zu chronischen Entzündungen und Infektionen führen können. Diese Infektionen können sich im Körper ausbreiten und Organe wie Herz und Nieren schädigen. Deshalb ist es wichtig, Zahnschmerzen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wann deine Katze sofort zum Tierarzt muss, dann schaue dir jetzt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Zahnschmerzen 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 Zahnschmerzen